Herzlich willkommen zur Börse Saisonal im März 2020. Der Februar ist Saisonal typisch verlaufen, wenn auch nicht so stark in diesem Ausmaß. Der Februar ist ja in der Regel schwach. Er war jetzt richtig schwach mit 8,3% Verlust am globalen Aktienmarkt. Das haben wir nicht erwartet. Viele, viele Überraschungen. Weshalb, wissen Sie, brauchen Sie ja nur in die Medien gucken. Aber der Markt ist viel, viel optimistischer als viele glauben. Und das sehen wir in der Saisonalen Analyse. Denn die Faktoren Größe, Value, Branche und Momentum verraten uns genau, wie saisonal der Aktienmarkt ist und wie optimistischer er ist. Das erfahren Sie nach dem Intro. Und vor allem, wenn Sie sich dafür interessieren, wie eine saisonale Anlagestrategie funktioniert hat, dann sind Sie hier richtig, gleich nach dem Intro. Schauen wir uns zunächst die saisonale Anlagestrategie mit dem MSF4-Deasset-Oszillator an. Einer der wenigen Fonds, die sehr saisonal anlegen. Für die war der Februar natürlich wenig erquicklich mit minus 3,65% Verlust. Während die Branche, also die anderen flexiblen globalen Mischfonds, minus 3,35% erreichten. Also etwas besser lagen. Das war natürlich nicht sehr erfreulich. Aber wenn wir jetzt mal genau hinschauen, war das ja in einer Zeit, in der der Aktienmarkt 8,3% verloren hat. Das heißt, gerade mal die Hälfte Verlust, obwohl das Portfolio zu 100% in Aktien investiert war. Die saisonale Anlagestrategie heißt ja von November bis Sommer 100% Aktienquote. Das heißt, der Asset-Oszillator war in 100% Aktien investiert im Februar. Und dann sieht man, dass das Ergebnis eigentlich ziemlich gut ist. Überraschend gut. Vor allem, wenn man dann noch sieht, dass der Aufschwung seit November, seit die Aktienquote bei 100% ist, deutlich stärker und steiler ist als der Markt. Und dann, wenn der Abschwung kommt, weniger stark sinkt, dann ist das genau das, was die Diversifizierung erreichen soll. Und das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Und heißt auch, wenn die Aktien steigen, dass dann der Asset-Oszillator stärker wieder nach oben geht. Schauen wir die letzten zwölf Monate an. Dann sind die Anleger mit 3,05% im Plus. Wenn die flexiblen globalen Mischfonds hier mit 3,87% Plus etwas vorne liegen. In 2020 ein Verlust von minus 2,08%, während hier die Branche 2,54% verloren hat. Also etwas mehr. Diese 2% Verlust werden aber relativ schnell eben wieder aufgeholt, wenn der Aktienmarkt dreht. Und warum er drehen könnte und warum er viel optimistischer ist, das sehen wir, wenn wir uns die Renditefaktoren unter die Lupe nehmen. Sehen wir uns den Renditefaktor Größe an, dann sehen wir, dass die Small Caps, die kleinen Unternehmen mit minus 9,57% weniger verloren haben, als die großen Aktiengesellschaften, die über 10% Verlust hatten. Genauso ist es bei den Growth Aktien mit minus 9,01% waren die Verluste kleiner als bei den Value Aktien, die über 10% verloren haben. Und auch bei den zyklischen Aktien mit minus 10,17% ist der Verlust etwas kleiner als bei den defensiven Aktien mit minus 10,28%. Bei Momentum Aktien wird es noch viel deutlicher. Mit minus 8,79% war der Verlust deutlich geringer als der Markt, der 10,04% verloren hat. Was das zu bedeuten hat, das erfahren wir gleich. Bei den großen Aktien, bei dem Faktor Größe, sehen wir ganz, ganz deutlich, erstmal sessional typisch, dass die Small Caps besser laufen als die Large Caps. Das heißt aber auch, dass die Anleger an Aufschwung glauben, weil wenn Panik im Markt ist und Aktien wild verkauft werden, wird normalerweise erst die riskanteren Aktien verkauft und das sind die Small Caps und die Large Caps eher behalten. Und hier war das aber nicht der Fall. Im Februar wurden die Large Caps stärker verkauft, hatten mehr Verluste als die Small Caps und das bedeutet Sessionalität und Optimismus. Genau das gleiche sehen wir am Faktor Wert, Value. Hier haben die Growth Aktien weniger Verluste erlitten als die Value Aktien. Das ist zwar sessional untypisch für den Februar, aber es ist auch ein optimistisches Zeichen. Das heißt, die Anleger wollten ihre Wachstumstitel nicht so stark verkaufen oder die Nachfrage war hier größer bei der Käuferseite, weil hier doch viele Käufer davon ausgehen, dass dieser Kurseinbruch nur von kurzer Dauer ist und dass hier eine Trendwende kommt und die Kurse wieder steigen. Genauso ist es bei dem Faktor Zyklus oder Branchenfaktor, wenn die zyklischen Aktien weniger Verlust erleiden. Normalerweise, wenn sie einen Crash haben, werden erstmal die zyklischen Aktien verkauft, vor allem wenn tatsächlich Rezessionsängste sind, denn die zyklischen Aktien leiden ja deutlich stärker als die defensiven Aktien, wenn eine Rezession kommt. Das ist aber im Februar gar nicht der Fall gewesen. Die zyklischen Aktien hatten weniger Verlust, wurden also stärker nachgefragt, wurden weniger verkauft. Und das ist ein Zeichen erstmal für Sessionalität, aber auch für Optimismus am Aktienmarkt. Und bei Momentum-Aktien noch viel deutlicher, saisonal typisch. Momentum-Aktien sind gefragt im Februar, aber auch ein optimistisches Zeichen. Warum sind die nachgefragt? Warum haben die weniger Verlust? Weil die Anleger und die Käuferseite glauben, dass hier wieder eine Trendwende kommt, dass die Aktienkurse steigen und dass dieses Momentum der Aktien sich fortsetzt. Das heißt, wenn wir rundum gucken, ist es sehr, sehr positiv, der Aktienmarkt aus dieser Analyse heraus, sehr viel Optimismus und vor allem sehr viel Sessionalität. Was bedeutet das für den März? Die saisonale Analyse sagt uns, dass der März ein guter Monat werden wird. Er ist saisonal typisch ja sehr positiv, dass die Small Caps hier auch besser laufen werden als die Large Caps, dass die Value-Aktien wieder stärker nachgefragt werden als die Growth-Aktien, dass die zyklischen Aktien deutlich mehr Performance haben werden, und zwar positive Performance, als die Defensivtitel und das Momentum-Aktien auch nach wie vor gefragt werden im Gegensatz zum Markt und dass hier das Momentum auch wieder in Fahrt kommt und nach oben kommt. Das ist die Prognose für den März und das sind die Gründe, weshalb ich glaube, dass auch der Asset-Oszillator die 2%-Verlust vom Jahr schnell wieder aufholt und dass die Aktienmärkte drehen, weil die saisonale Analyse doch zeigt, dass der Markt viel optimistischer ist, als die Kurse uns im Moment verraten. Und das sagen uns natürlich auch so clevere Investoren wie Buffett oder auch viele andere Anleger, die jetzt im Moment in den Markt reinkommen, diese Chance nutzen, um einzukaufen. Ja, ich wünsche Ihnen für Ihre Kapitalanlage alles Gute. Ich gebe Ihnen zwei Daumen hoch. Geben Sie mir einen Daumen für mein Video. Abonnieren Sie den Kanal. Vergessen Sie aber nicht, das Glöckchen zu drücken, damit Sie mir informiert werden, wenn ich Ihnen neue Informationen zur Verfügung stelle. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Hupp Bis zum nächsten Mal.